Wie sagt man da, kennt ihr diese Frage auch noch von eurer Mutter, meine Mutter, die hat mich mit der Frage gerne ermahnt, das Danke sagen nicht zu vergessen, wenn mir zum Beispiel jemand was mitgebracht hatte oder wenn die Frau an der Wursttheke mir ein Stück Fleischwurst zum Naschen rüber gereicht hat. Wie sagt man da, ich bin meiner Mutter dankbar dafür, dass sie mir das eingeprägt hat, wie wichtig es ist, sich zu bedanken, wenn einem einer was Gutes tut. Bis heute ist mir das wichtig und bis heute versuche ich zumindest das zu leben, weil ich ja selber weiß, wie gut das tut, wenn man so ein Dankeschön hört. Jesus hatte mal zehn Aussätzige geheilt, ein großes Wunder war das. Aber nur einer unter den zehn Aussätzigen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Dankbar sein und Danke sagen für Gutes, das andere einen tun, ist nicht erst heute unmodern geworden, sondern es stand wohl schon damals vor 2000 Jahren nicht besonders hoch im Kurs. Die biblische Geschichte von dem einen Dankbaren Geheilten, der umkehrt zu Jesus und der ihm zeigt, wie er sich über die Heilung freut, diese biblische Geschichte macht mir Mut, konsequent gegen den Zeitgeist anzustinken, mit meinen kleinen Mitteln. Heute, da will ich Gott und den Menschen ganz bewusst Danke sagen. Danke sagen für das, was sie mir Gutes tun. Mir Zeit nehmen für ein Dankgebet und im Laufe des Tages dann darauf achten, anderen zu danken, wenn es Grund dafür gibt. Und ich bin gespannt, was das aus diesem Mittwoch so macht. Wenn du Lust hast, dann mach einfach mit. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf.